Ja, heute sind wir wieder mal bei Grubas und der Hund ist ein ganz freundlicher Lieber, der Woll, der Schnuppel-Tirnbaum, auch stille Meier, ein Gruß von Frühling, Herr Meier. Ja, das alte Haus, da schaut keiner mehr heraus und kalter Wind weht übers Land und gibt dem Winter die eisige Hand. Das Gartenhaus steht verlassen da, auch in diesem kalten Winter und in diesem Jahr. Ich hoffe, wenn der Sommer kommt, wird alles wieder heller, bis dorthin vergeht die Zeit wohl schneller. Musik 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 Amen.